Die Nordische Pass-Union ist eine Übereinkunft der nordischen Länder zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs zwischen den beteiligten Staaten. Die Pass-Union wurde 1954 im Rahmen eines Arbeitsmarktabkommens zwischen Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen beschlossen. Am 1. Dezember 1955 trat dies Land der Union bei am 1. Januar 1966 auch die Veröhr. Ziel war es Arbeitskräften zu ermöglichen, einfacher zwischen den Ländern hin und her zu wechseln und dadurch Personalengpässe und Arbeitslosigkeit zu vermindern. Durch das Arbeitsmarktabkommen, die Pass-Union und ein 1955 abgeschlossenes Sozialabkommen wurde den ausländischen Arbeitern in vielen Bereichen der Neustadt erleichtert. So erhielten sie im Gegensatz zu Bürgern aus nicht-nordischen Ländern leichter eine Aufenthaltserlaubnis und auch deren Sozialabsicherung war. Gesichert Ab 1981 durften sie auch ab Erhalt ihrer Aufenthaltserlaubnis bei Kommunalwahlen teilnehmen. Mittlerweile ist eine Aufenthaltserlaubnis für Bürger aus nordischen Ländern überhaupt nicht mehr nötig. Lediglich eine Registrierung bei den Behörden wird verlangt. Am 1. Mai 1958 trat die Abschaffung der Grenzkontrollen endgültig in Kraft, wobei der Wegfall der Reisepässe beim grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den beteiligten Staaten 1952 begonnen hatte. Von Anfang an beteiligten sich an dieser Maßnahme Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Island folgte am 24. September 1965 die Vöhr am 1. Januar 1966 bei ihrem Beitritt zur Pass-Union. Grönland und die norwegischen Inseln Spitzbergen und Janmain waren nicht Bestandteil dieser Initiative. Mit dem Beitritt der EU-Mitglieder Dänemark, Schweden und Finnland zum Schengener Abkommen traten Probleme auf. Da Norwegen und Island keine EU-Mitglieder waren, hätten wieder Grenzkontrollen an der EU-Außengrenze zu Norwegen mit Schweden und Finnland sowie in den dänischen, schwedischen und finnischen Flug- und Seehäfen vor Reisen nach Norwegen oder Island eingeführt werden müssen. Deshalb unterzeichneten Norwegen und Island am 18. Mai 1999 ein Abkommen zur Teilnahme am Schengen-System. Die Bestimmungen des Übereinkommens zum Beitritt von Dänemark zum Schengener Abkommen galten nicht für die Vöhr und Grönland. Die Bestimmungen des Übereinkommens zum Schengen tyre